Mit der Idee Bernstein begannen wir letztes Jahr im Jänner. Dann sind wir circa ein paar Monate nach der Entwicklungsphase, wo wir selbst das Produkt auch entwickeln haben, wirklich eigenhändisch in der Küche zusammen gemixt, kann man so sagen. Bernstein ist nichts anderes als die Verbindung aus dem fernen Abenteuer vom grünen Rohkaffee, also dieser ungerösteten Rohkaffeebohne, mit heimischer Vertrautheit der österreichischen Produkte, sprich Dirndl, Holunderblüten und Verschu, das ist saure Traubenseucht. Einerseits dem Bern, das ist ein starke, standhafte Tier der Wälder, das Ficht, das geht seinen Weg, das lässt sich nicht umsteßen, das war uns wichtig. Und andererseits dem Bernstein wiederum, dieses fossile Harz, das die Qualität quasi in der Flasche aufbewahren soll. Man kennt das, wenn Fossilien eingeschlossen sind in den Bernstein über Jahrtausende und an den haben wir uns ein bisschen orientiert. War natürlich irre, irre cool, mal ein eigenes Produkt im Lokal kaufen zu können. Mittlerweile hat sich das wirklich gut entwickelt, also wir sind bei der ersten Abfüllung mit einigen tausend Flaschen, die waren gleich ausverkauft, also da waren man sich nicht sicher, soll man jetzt weitermachen, soll man es wieder doch wieder lassen, aber nachdem die Nachfrage dann wirklich groß war, haben wir gesagt, nein, wir gehen den Weg und wir gehen weiter. Bis zum nächsten Mal.